Solche Infografiken habt ihr wahrscheinlich schon mal in meinen Beiträgen oder Videos gesehen. Die sehen handgezeichnet aus, sind es aber gar nicht, sondern die wurden hier am Computer erstellt mit einer quelloffenen, kostenfreien Software, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Konkret geht es um Excalibur. Das hier ist das GitHub-Projekt von diesem Projekt. Da bekommt man so eine Art Whiteboard, wo man eben dann verschiedene Elemente zeichnen kann. Hier sind auch verschiedene Beispiele. Mein letzter praktischer Einsatz ist erst wenige Tage her. Das war hier in dem Beitrag zum Backups, zum Datensicherungen anlegen mit Borg. Da habe ich hier weiter unten das Ganze mal versucht in so einem Bild zu beschreiben. Getreu nach dem Motto, so ein Schaubild, das sagt manchmal mehr als tausend Worte. So sieht das hier in Excalibur aus. Das sind verschiedene einzelne Elemente zusammengefügt. Also hier die Bilder, das hier ist so eine Box, ein Rahmen, das ist Text. Also an sich ist das gar nicht so wild. Und ihr merkt auch schon, wenn ich jetzt was anklicke, kann ich hier verschiedene Sachen einstellen. Ich kann zum Beispiel die Farbe verändern. Ich kann aber auch die Dicke des Ganzen verändern oder auch den Stil. Das heißt auch, wer jetzt sagt, naja, dieses Handgezeichnete finde ich gar nicht so toll. Der kann hier auch andere Arten wählen, damit das eben mehr oder weniger nach Handgezeichnet aussieht. Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ist die Möglichkeit, dass man hier frei entscheiden kann, ob man das Ganze bei sich selber auf seinem eigenen Server betreiben möchte oder in der Cloud. Es gibt ja viele so Werkzeuge, die aber eben nur in der Cloud vom Hersteller angeboten werden, wo man dafür entsprechend bezahlen muss. Hier gibt es die Möglichkeit auch, also wer jetzt sagt, ich möchte das nicht bei mir installieren, der kann jetzt sagen, ich nehme hier zum einen den kostenfreien Tarif oder zahle eben mit ein paar Dollar im Monat. Dann tun die das für einen Betreiben. Ich persönlich möchte das nicht und habe das hier auf meinem Heim-Server installiert, sodass ich das hier intern bei mir verwenden kann. An diesem Modell können sich Microsoft und andere Konzerne ein Beispiel nehmen. Die machen ja eher das Gegenteil. Die versuchen hier, die Nutzer in ihre Cloud zu drängen, ob die wollen oder nicht. Mit Docker Compose habt ihr eine Testinstanz ziemlich schnell aufgesetzt mit hier wenigen Zeilen. Die haben nämlich ein offizielles Docker-Image. Leider mit einem Nachteil, denn es gibt keine gescheiten Tags. Wenn ich hier mal reingucke, der Latest, der wird aktuell gehalten, aber die anderen, die sind alle veraltet. Hier kann man also nur den Latest-Tag nutzen, was ich generell ja für eine schlechte Praxis halte. Im einfachsten Falle genügt dann Docker Compose ab aufzurufen. Das klappt auf x86-Heim-Servern. Beim Raspberry Pi, da ist es leider noch ein bisschen komplexer, weil da gibt es noch kein offizielles Abbild für. Hier muss man das mit dem GitHub-Repo selber machen. Dann ist der hier über den Port, den ihr hier angebt, erreichbar. 3000, 5000 könnt ihr frei dann wählen, was ihr dort verwenden möchtet oder eben über den Reverse-Proxy. Dieses Beispiel macht X-Qualidraw auf dem Port 5000 verfügbar. Man kann natürlich, und das wird man wahrscheinlich in den meisten Heimnetzwerken auch tun, das Ganze über einen Reverse-Proxy betreiben. Hier zum Beispiel mit dem Traffic. Zudem habe ich auch schon mal einen eigenen Beitrag gezeigt, wie man den einrichtet. Traffic-Version 2 mit entsprechenden Labeln sagt man dann, hier macht das erreichbar. Hier zum Beispiel auf x-Qualidraw.demo.duelabs.de Wenn ihr das in eurem Browser aufruft, dann erhaltet ihr so ein leeres Whiteboard, wo ihr jetzt mit Zeichnen beginnen könnt. Da gibt es ja auch schon so eine kleine Einführung von den wichtigsten Dingen, die ihr kennen solltet. Einmal hier oben diese Werkzeugleiste, was also euer Mauszeiger tut. Hier etwas auswählen, dann kann man hier so Markierungen erstellen oder aber, das soll ihr meistens brauchen, irgendwelche Elemente anlegen. Zum Beispiel so einen Kasten, den kann man dann hier mit der Maus zeichnen. Kann ihn auch nachträglich vergrößern, verschieben, verkleinern, wie das eben bei euch am besten passt, um dann zum Beispiel irgendwelche Diagramme zu zeichnen oder was ihr eben konkret machen möchtet. Wenn ihr auf ein Element klickt, dann erscheint links hier so ein Werkzeugkasten für alle Einstellungen, die jetzt für dieses Element hier gelten. Das ist, wie ich eben schon gezeigt habe, zum einen die Farbe, aber auch so Sachen wie die Strichstärke. Die Deckkraft, ob das eher so ein bisschen, ja, so leicht erscheinen soll oder eben voll kräftig gedeckt. Ob die Kanten abgerundet sind oder nicht. Also da kann man sogar ins Detail gehen. Mit den Werkzeugen hier, also mit den Pfeilen zum Beispiel, lassen die sich jetzt verbinden. Und ihr merkt, wenn ich da jetzt mit der Maus drüber fahre, dann habe ich hier schon eine Möglichkeit, da anzudocken. Hier unten auch das erkennt ihr und wenn die jetzt so verbunden sind, kann ich die auch verschieben, ohne dass das Ganze verloren geht. Also sehr praktisch. Das klappt auch mit Text, wenn ihr hier irgendetwas reinschreiben möchtet. Da könnt ihr ebenso jetzt auch für das Element dann noch festlegen, wie groß die Schrift sein soll zum Beispiel, ob die größer, kleiner sein soll, welche Schriftart. Das ist jetzt so eine Handschrift. Wenn euch die nicht gefällt, kann man hier auch eine normale Maschinenschrift verwenden. Praktisch ist hier oben in diesem Überhangsmenü, da gibt es ein Rahmenwerkzeug. Wenn ihr darauf klickt, dann bekommt ihr hier so ein Frame. Da kann man dann Sachen gruppieren. Das habe ich bei komplexeren Zeichnungen gerne, dass man das eben hier so ein bisschen zusammenfasst. Da kann man dann hier auch eine Beschriftung eingeben. Wie ihr es hier schon gemerkt habt, nutze ich gerne Icons. Die lassen sich in verschiedenen Formaten. Ich nutze meistens SVG, damit ich sie beliebig skalieren kann. Hier einfach bei Drag & Drop draufziehen. Die werden auch automatisch entsprechend proportional vergrößert, verkleinert, dass die immer vernünftig aussehen. So etwas kann man dann hier vergrößern, verkleinern und hier zum Beispiel als Begleitung zu so einem Text hier einbauen. Wenn man jetzt hier irgendwas mit Bildern zum Beispiel beschreiben möchte, drückt das noch ein bisschen einigermaßen zentriert hin. Dann sieht das schon ganz vernünftig aus. Sehr praktisch, wenn man bei solchen Verbindern Shift drückt, dann sind die nicht mehr komplett frei platzierbar, womit dann solche Schrägenpfeile entstehen, sondern ihr könnt, wenn ihr jetzt hier den nochmal weglöscht, den mit Shift anlegen und jetzt hat man den in solchen Schritten. Bereits mit diesen Elementen plus eben eigenen Bildern und Grafiken kann man schon einiges machen. Praktisch finde ich hier die Bibliothek, die ist am Anfang leer. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen man erstellt sie selber, man kann die auch fixieren, wenn man die öfter verwendet. Oder man nutzt eben fertige. Da gibt es hier ein Verzeichnis zu, wo einige drin sind, einige praktische auch. Es gibt hier bei den Bibliotheken auch beispielsweise passende Icons zur Softwarearchitektur, wenn man da irgendwelche Schaubilder zeichnen möchte. Genauso verschiedene Logos von Programmen, von Objekten oder von Software. So etwas kann man hier hinzufügen und jetzt hier Kubernetes nutzen. Alle auch schön groß, dass man die, wenn man da irgendwie was Detailes machen möchte für größere Schaubilder, auch verwenden kann. Python gibt es hier, also das hier ist alles ziemlich gut, um eine gute Basis an Komponenten zu haben. Die sind reichlich gefüllt und wenn das eben noch nicht reicht, dann kann man auch selbst noch welche hinzufügen, selbst welche erstellen. Und wenn ihr jetzt nach einiger Zeit ein schönes Bild erstellt habt, dann könnt ihr das Ganze erstmal speichern. Das wird nämlich nicht auf dem Server gespeichert, das heißt, das ist immer kleinseitig. Dabei bekommt ihr eine .excalidraw-Datei, wo das drin ist. Mit der kann man es hier auch wieder öffnen, sodass das auf einer anderen Instanz funktioniert. Zum Beispiel in Cloud macht ihr einen Export auf euer On-Prem-System oder umgekehrt. Zum Produktivverwenden ist wahrscheinlich die Exportfunktion interessanter. Damit bekommt man nämlich dann ein PNG- oder SVG-Bild, was man dann zum Beispiel auf dem eigenen Blog, in sozialen Netzwerken, in Präsentationen und so weiter verwenden kann. Gerade für Präsentation ist dann auch interessant zu sagen, ich möchte das höher skalieren, zum Beispiel Faktor 2 oder Faktor 3, damit das immer noch gut lesbar ist. Mit Szene einbetten könnt ihr das bearbeitbare Bild, also das, was ihr hier erstellt habt, die .excalidraw-Datei, auch in den Export einschließen. Das macht den größer, kann aber vielleicht hilfreich sein, wenn man das nicht trennt. Ich persönlich würde es immer trennen, aber ist Geschmackssache, kann man hier beides machen. In diesem Menü links oben, da gibt es auch eine Funktion zur Zusammenarbeit. Da kann man hier dann sagen, Live-Zusammenarbeit, eine Sitzung starten und eben der Gedanke ist, dass man zum Beispiel jetzt an einen Kollegen, an einen Mitschüler, Studenten und so weiter diesen Link weitergibt. Man hat dann bei sich und auf dem Bildschirm von dem Kollegen dieses Whiteboard. Man kann zusammen daran arbeiten, kann das kommentieren. Das ist super, wenn man sich nicht treffen kann. Auf der Homepage wird das auch gezeigt, hier zum Beispiel mit verschiedenen Kommentaren. Also ganz solide. Leider fehlt das bisher noch in der Open Source und in der kostenfreien Version. Die sind aber dran. Das soll also bald nachgeliefert werden. Ist sicher für einige nützlich. Man kann so in wenigen Minuten mit Excalidraw ein ansprechendes Schaubild erstellen, wahlweise handgezeichnet oder eben auch nicht. Natürlich kann man sich auch verkünsteln und da aufwendigere Sachen erstellen. Da sind hier der Kreativität und eben der verfügbaren Zeit keine Grenzen gesetzt. Das finde ich schon in der kostenfreien und der Open Source Version gelungen. Ich nutze es wie gesagt schon regelmäßig. Ich habe es in einigen Beiträgen verwendet, um das mit Infografiken zum einen deutlicher zu machen, aber zeitgleich eben auch schön, dass das nicht so nach einem altbackenen UML-Diagramm oder Office 97 oder sowas aussieht. Besonders schön finde ich, dass man hier nicht zu irgendeiner Cloud gezwungen wird, aber man kann sie eben nutzen, ähnlich wie bei Bitwarden. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Da hat man beide Möglichkeiten, ohne jetzt die Leute zu gängeln. Was sagt ihr dazu? Schreibt gerne eure Meinung auf ulabs.de oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.